ein glück sinken die preise noch nicht und wir haben schon wieder april so wenigstens noch eine ölquelle aber hier jetzt nach rechts gehen nach links gehen so gut noch zwei wünsche routen gänge so gut jetzt nach rechts und so genau der hat hier noch was da zeige mal her so jetzt hier scanner meint der die dort hier so herunter und noch weiter runter auch wo ist denn hier überall fels mensch es ist doch jetzt so langsam reicht es mir so haben wir was dann tun wir hier und hier rüber so da rüsten wir die waggons auf und dann hier die rohre so scanner nehmen das ist groß also rüsten wir hier die rohre auf so hier ist der preis besser und wir haben fast ende des bodas des jahres so also das wird ein sehr schlechtes jahr die ist groß die ist riesig aufrüsten bitte so jetzt wieder hier nach rechts gehen bitte keine misspillage strafe so geht das das geht sehr schön okay so dann hier rüber noch das aufrüsten dann geht das alles schneller leer vielleicht wird es doch besser als ich dachte hier ist diamant maulwurf maulwurf bitte hier ich komme schon bitte 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 was macht der der soll wird das rausholen warum macht er das nicht hier komm schon was warum holt er mir nicht den diamant ich denke da gibt mir diamanten wenn er findet welche wenn man welche findet nein ach man ich wollte diamanten haben so gut hier ist kein öl mehr dann so ach hier ist noch wie viel ist denn da noch so gut dann rüsten wir das mal auf da kriegen wir noch unsere ja ich wollte gerade sagen 30.000 aber scheinbar doch nicht ach man und da hatten wir nun schon ein diamant und ich habe ein ich werde als bürger meister zurücktreten meine nachfolge wird derjenige sein der meisten stadt stadtaktien sei ok so aber erst das nervt mich jetzt diamanten ja das mache ich jetzt das ärgere ich so sehr dass ich das mache und in der auktion so stoppen ein prozent der aktien naja also ich sage mal so ein prozent ist nicht so gut also vielleicht so bei 5000 so jetzt ja sehr schön okay ein prozent der aktien so jetzt die landauktion was nehme ich denn hier und diamant hier war auch eins okay gut hier her gehe ich und was machen die denn euer ernst da bezahlen die einfach so 5000 aber okay ich weiß ja nicht was dort alles ist so ich hoffe ich finde wieder ein diamant und die jetzt gehen die maulwürfe auch so komm schon weil durch ja perfekt so unter und ja so 344 pferde und noch zweiter bohrturm ja das sieht gut aus gut so und jetzt wechseln schnell wieder hier pferde holen elf pferde sehr schön und zwei wünsche runengänger ich hoffe wir legen diesmal mal mehr los was geht denn hier ab so ist billiger die verzweigung als wenn man sich einen neuen bohrturm gekauft und das ist riesig das rüstig auf ach so gut verzweigung geht also jetzt nicht mehr wie ist denn hier der preis 0 11 was was ist denn da los so hier geht es runter und scheiße dann muss ich das so leider machen ja das hat sich gelohnt das ist auch riesig so mehr pferde der steigt jetzt hier rüber gut noch ein wünschel runengänger und wir machen jetzt richtig fettkohle wie ist denn hier der preis der hat noch was gefunden sehr schön hier ist fest was ist hier wie groß ist die wow das machen wir auf jeden fall so aufrüsten 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 so und jetzt müssen wir weiter leider wieder hier rüber und wir haben auch wieder die hänge aufgerüstet wegen des billage strafe nein nein jetzt müsst ihr hier rüber jetzt müsst ihr hier rüber wegen das schaffen dies nicht mehr das könnte knapp werden so vielleicht geht es jetzt wenn ich so hier das wird immer schwer wegen spielage strafe denn ich möchte keine bekommen so der preis ist aber immer noch so dann gucke ich hier mal die ist riesig so ich brauche aber diamanten gibt sie mir wo sind sie auch kommen schon als ob so jetzt alle hier rüber so dann geht der hier noch mal so so ich hoffe die pferde schaffen das das sieht etwas schwach aus so zack warum finde ich keine diamanten ich werde mich so ärgern wenn das dann in so einer mini lücke ist wo ich es nicht finden kann oh nein jetzt muss ich hier rüber so jetzt das hier noch zack gut die 30.000 werde ich noch schaffen sehr schön dann würde ich sagen das war ein guter monat 30.000 geschafft ja ich hoffe das öl habe ich überall aufgebraucht das kann ich ja mal hier gucken nein hier ist noch hier ist noch das schaffe ich nicht mehr ja schade okay gut 30.000 okay was haben die zu bieten naja ist aber ein unterschied ach komm das mache ich mal so und was ist hier ich kaufe mir erst mal hier ein paar aktien wieder ein prozent das ist etwas schade ich kaufe ich bei 5000 oder wann kaufe ich jetzt ja zwei prozent das gerade mal für 3000 so schnelligkeit oder die härte kaufe 10 zusätzliche pferde damit du jetzt 25 haben kannst ja das mache ich mal okay so was ist hier timer plattform sind gegen runden druck oder nehme ich das ach nee was ist hier noch zelle und so größe 2 für den scanner wollen wir das machen ja wir machen es so zack dann landauktion fertig und wo gehen wir hin hier vielleicht wäre es auch besser gewesen nah am wasser aber naja ich probiere es einfach mal so die anderen die kaufen irgendwie noch keine aktie du kannst ja und du kannst jetzt größe scannen aus okay so wäre aber ganz gut wenn die sich mal weil so hier nein ich glaube vorbei sehr schön so jetzt hier rüber noch ein pferd so und die bohr plattform zack wo ist das öl nein auch nicht schon wieder so noch ein winchel rudengänger noch ein pferd und zwei winchel rudengänger so jetzt muss ich hier rüber und der hat was gefunden dann und ja so gehe ich dort rüber und der hat auch was so bitte nicht schon wieder der felsen ja 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 perfekt so mehr pferde oh jetzt ist hier rechts besser nein noch nicht ähm neuer bohrturm so zack zack bitte keine felsen ach nee wo ist denn der was und ich glaube das ist sehr klein hier gerade das ein problem so zack oh jetzt ist hier besser und wir brauchen den winchel rudengänger usa zack 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 Untertitelung des ZDF, 2020